Geil, wie sich das reimt. Also auf Englisch. Wieso ist das Spiel eigentlich bei dir auf Lich? Bei mir ist es immer noch auf Englisch. Ja, bei mir sagt die als auch Sachen auf Englisch. Nur die hat dann eben halt... Manchmal hat sie einen deutschen Untertitel. Bei mir hat sie immer noch englischen Untertitel und mein ganzes Menü ist auch noch auf Englisch. Dann hast du wahrscheinlich bei den Einstellungen nicht Westeuropa. Ich hab Deutsch bei Sprache. Ja, aber du musst bei deinen Einstellungen in Westeuropa. haben. Ich bin aber Deutscher, kein bester Europäer. Es gibt nichts anderes. Komm her, hier ist zu Ende. Weiß, ich weiß, chill, chill. Ja. Hahaha. Du stehst bei mir. Festgüttel. Ich weiß, ich weiß. Ich bin davor stehen geblieben. Oh nein. Scheiße. Ja, Mann. Tausend Fründen da was. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Mod. Jupp. Du sagst es. Woll. Aber das sind bei mir größtenteils Milimods. Ich hab nur zwei, drei Warframe Mods. Hast du ein Glück? Ich hab grad mal Fusion Core. Ich weiß nicht, für was ich das brauch. Ja, ich würd dir gern mal alle meine Milimods geben. Und ich würd' dann halt normal... Ja, ich würd' dir dann auch mal was, was ich geben. Einmal wiederbelebt. Okay, als nächstes kommt Gefangennahme oder Venus. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Arsenal. Äh, sollen wir heute die Folge beenden? Oder noch eine Mission machen? Hat ja nicht besonders lang gedauert. Machen wir doch eine Mission. Wieso, Herrgott, noch ein... Wieso, 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 wieso kann ich... Warte kurz. Im Ernst, ich... Ach, hä? Was zum... Ich werd' mich damit einfach mal beschäftigen. Was das eigentlich so eigentlich hat und so. Keine Ahnung, was das sein soll. Egal, okay. Äh, welche Mission wollen wir machen? Wollen wir nochmal die Mission machen, die... Zu Saturn führt? Oder gleich bei Venus anfangen? Mh. Okay, lass uns, äh, die Gefangennahme machen. Bei, äh, Merkur, damit wir Merkur komplett durch sind. Gut, ich hab jetzt Schock und Geschwindigkeit reingemacht. Bei meinem No-Frame. Ich guck nochmal... Mach das, ich guck kurz nochmal, ob ich irgendwo anders da noch einen... Kritische Schaden rein damit anwenden. Ja. Hab ich hier noch was... Mehrfach Schuss... Kann ich nicht mehr. Egal. Okay, äh, bist schon im Spiel drinne, dass ich hier nachjoinne... Nein, nein, ich bin noch beim Konfigurieren. Ich mach jetzt meinen Scanner zweimal rein. Oh, okay, okay, okay. Spannend, spannend, spannend. Warte. Das ist zweimal der gleiche Mod. Ich kann nicht zweimal die gleiche Mod reinpacken. Nein, du hast es falsch verstanden. Du musst gucken, dass du dein... Äh, deine... Deine 10 oder welche... Welche Stufe hast du denn? Nein, nein, ich... Aber das ist wirklich genau... Ja, du hängst total bei mir. Ähm, der Name ist richtig. Was war dein letztes Wort? Apollodorus soll mir gehen. Genau, ja, 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 genau. Und so lange warten wir, bis er fertig ist. So lange werde ich mal am Marktplatz mal gucken. Äh, Ausrüstung. Zwar hab ich mir überlegt, ob ich mal einfach so als Testweise mir den, ähm... Nicht den, den Shade holen soll. Weil der, äh, äh, hat irgendwie Feuerstoß, Laserpistolen, was auch immer. Oh, Laserpistolen. Ähm, ich bin schon im Game drin. Okay, gut. Äh, ihr könnt ja immer mal in die Kommentare schreiben. Dann... Kau ich mir oder nicht. So, und dann joinen wir endlich mal nach. Happy Hunting. Cool, jetzt sind wir die Jäger. Was? Ähm, bei mir hat sie manchmal gar keinen Untertitel. Okay. Sodele, bist du bereit? Ja. Hm. Warte, ich hack diesen Spind hier. Ach so, du hackst den. Ach so. Und ich hab jetzt gedacht, du drückst den Knöpfchen, dass er aufgeht. Kann ich das nicht. Ich kann X, X Spind öffnen, aber das, der Rote, der Rote geht nicht. Nein, du musst, du, der Rote geht auch nicht. Ist das, nein. Oh Gott. Bei mir ist das festgebackt. Ich seh jetzt die ganze Zeit X Spind öffnen. Hahaha. Auf zu lachen. Tut mir leid. Sonst drück ich gleich X und Nein, ich bin zu öffnen. Nein, hätte ich dich nur erwischt. Ich mein, kommst du mal? Hier benutze ich nochmal Fähigkeiten. Eins, zwei oder drei. Okay. Ich versuche jetzt mal eine Fähigkeit. Oh, oh, ich werde dabei sein. Ich werde es mit dir angucken. Oh Gott, wie cool ist das denn? Wie heißt die Fähigkeit? Ich hab auch ein Schild dabei. Ähm, Schock. Schock, okay. Und der Schild, der ist auch geil. Wahnsinn. Wenn ich zum Beispiel so ein scheiß Vieh anrempel, dann kannst du ein Schild vorne dran machen. Dann kann er dich nämlich nicht anrempeln. Oh Gott. Das sind zu viele. Wow, was ein toller Schild. Ja, ich kann da durchschießen. Die nicht. Ich hab den Schild nicht gesehen. Ah ne, ich hab Geschwindigkeit. Hoppla. Ich hab nicht den Schild rein. Ich hab Geschwindigkeit rein. Fuck. Das hätte man müssen sollen, ne? Ja, ich dachte, ich hab ein Schild. Warte, den mal bitte nicht töten. Den mal bitte nicht töten. Nein. Nein. Nicht den. Herrgott, ich will dieses neue Update ausprobieren. Weil wenn er doch... Wenn er doch angeht, ich schlieb, dann... Kann man doch einen Entwurf machen. Viel Spaß beim Probieren. Danke. Kann ich den dann... Scheiße, nein. So ein verdammter Schild. Wo bist du? Oh mein Gott. Aha. Jetzt kenn ich den Entwurf. Okay. Ach so, das bist du. Ich wollte dich grad töten. Ja. Leider nicht. Ah, nein. Oh, jetzt hab ich... Jawohl. Jetzt habst du sogar durch die Tür elektrisieren können. Alles klar. Wir müssten kurz paralysiert gewesen sein. Komm, jetzt sind sie... ... statt zu killen. Okay, ich fühl mich echt, ob ich grad cheaten würde. Also das ist ja hier gar keine Herausforderung für mich. Komm mal, Herr. Komm mal, Herr. Das musst du sich... Oh nein, hier lag grad so ein komischer Alienkopf. War so geil, das sah so lustig aus. Aber er ist schon explodiert. Schade. Das ist jetzt... ... wieder an einem Level, wo wir mal hier aufgetaucht sind. Im Level. Oh, Mann. Paralysiert! Ah, den mit dem Schild. Juck den gar nicht, ob ich den paralysiere. Also, das juckt den gar nicht, dass ich den alten Messer reinsteche. Ich bin echt so, heute so blöd, umzutreffen. Paralysiert! Stark. Ich bin echt stark. Echt stark. Ich weiß. Ich habe echt keine Energie. Ah, da ist gerade aus dem Typ, ist gerade eine Energieball rausgeflogen. Ich kann einfach hingehen. Ich kann einfach hingehen, Messern. Messern. Ja, Messern ist auch gerade ein Warframe. Warframe, ne? Das sagt man auch so ein Warframe-Messern. Ja. Sagt man das nicht auch woanders? Äh, muss ich gerade überlegen, wo sagt man denn noch Messern? Vielleicht auch bei anderen Spielen, gell? Wo willst du denn hin eigentlich? Äh, da, wo mich der goldene Ausrufezeichen hinführt. Oh nein! Oh nein! So eine Nebenmission habe ich auch schon mal gespielt. Wir müssen jetzt hier gleich so einen doofen Typen einfangen. Ich glaube, den müssen wir... Ja, da hast du die nicht gemacht. Ich muss hier diesen Typ jetzt gleich erschießen, glaube ich. Hallo? Erschieß ihn, erschieß ihn, erschieß ihn. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Das war's mit dem X-Drücken. Ich? What the fuck? Hast du die gerade aufgesaugt? Ich habe gerade... Aber das Geschrei, das war gerade so lustig. Das sah wirklich so aus, gell? Als ob ich die einzelne Moleküle in rausgezogen hätte in meiner Hand. Ja, was hast du... Was hast du dann gemacht? Du hast das nicht gemacht, dass du... Ich habe ihn befummelt und das fand er gar nicht lustig. Was? Wo gehst du hin? Zum goldenen Ausrufezeichen. Zum goldenen Ausrufezeichen. Ich gehe nur im Gegensatz zu dir den richtigen Weg. Ach so, ist ja... Ja... Wieso? Warte, hä? Wer hat mit mir Positionstausch gemacht? Niemand, wieso? Junge, ich wurde gerade teleportiert, irgendeine Art Positionstausch mit mir gemacht. Nein, die Tür hier ist zu. Niemand hat mit mir gerade Positionstausch gemacht. Ich will wissen, wer das war. Kann sich gehen. Ah, ne, ich muss, glaube ich, eins runter. Deswegen laufe ich ja richtig. Da fliegt ein Mod aus dem Raus. Greenier Kommandant. Nein, das ist der Greenier Kommandant. Fusion Core. Du musst auf den Kommandant aufpassen. Da kann ich porten. Fusion Core. Was bringt denn der Fusion Core? Immer noch. Weiß ich nicht. Immer noch. Weiß ich nicht. Mach, Leute. Oh nein, jetzt haben die uns eingesperrt. Scheiße. Oh, ich hasse, denn sowas passiert. Ich auch. Äh, ich gehe mal hacken. Oh nein, jetzt haben wir bloß, das Ding ist oben. Puh. Hey, hier liegt noch ein Mod. Ach so, das, ähm. Ja, kritischer Schaden. Wo liegt Mod? Den hast du doch auch schon. Oh nein, jetzt. Pass auf den Kommandant, der kann nicht porten. Genau das ist mir auch passiert. Wie bin ich denn hierher gekommen? Kommandant, der kann nicht porten. Telepathieren. Hin und her switchen. Gleich nicht mehr. Gleich ist er tot. Ah fuck, ich muss nahe laden. Der ist da tot. Kannst du eigentlich hier die Fensterscheibe einreißen, damit ich einen coolen Sprung nach draußen machen kann? Oder Öl kann ich ruhig. Schade. Theoretisch müsstest du ja sterben. Wie komme ich jetzt hoch? Ich habe es doch schon längst gehackt. Bis du kommst, habe ich es zehnmal gehackt. Ja, toll, der hat mich gerade so brutal verwirrt, wo wurscht der jetzt eigentlich bislang. Oder so? Zum gelbenen Ausrufezeichen. Gelbenen, ja. Gelbenen Ausrufenszeichen. Wartest du mal bitte auf mich? Er hat einen Mod fallen lassen. Really Mod? Glippiger Schaden. Yay. Ganz lieb. Bist du Mod? Du brauchst unbedingt eine bessere Internetleitung. Oh, hier sind alle. Hol mir doch einen, habe ich doch gesagt. Wenn ich die bessere Internetleitung habe, hole ich mir auf alle nötigen Programme umfangen. Du musst kommen. Los, los, komm her. Junge, geh an die anderen Schalter. Drei, zwei, eins, X. Lass, lass, lass dir einfach da stehen, lass dir einfach liegen. Soll ich liegen lassen. Die Gegner, die liegen nicht auf unserem Weg, also können wir die auf Krater liegen lassen. Hier, ich bin schon am Ende angekommen. Ja, okay, ich öffne halt, ich bin, um Credits zu sammeln, okay. Ah, fuck. Blockiert was? Ey, ey. Darf nicht erster sein. Yeah, und wir haben es geschafft, jetzt können wir. Weil mich nicht immer noch öffnen. Lol, ich habe, ich habe, ich habe einen Helm. Ne, was? Fast Hands. Hä, was habe ich denn da? Fast Hands. Ja, ich auch. Ge, ge, Fast Hands. Was ist das denn? Was ist das denn? Müssen wir gleich mal gucken. Ja, das machen wir ja jetzt noch. Schauen. Gott. Jetzt können wir einmal zu Saturn und zu Venus. Jihau. Einmal kurz gucken, ob wir Schmied... Jetzt können wir uns entscheiden. Ja, Schmied. Ich habe ein Keramik-Langschwert, was ich jetzt herstellen werde. Ja, das werde ich herstellen. Herstellen. Ja, sind sie sicher. Ich gucke mal, was ist das mit dem... Habe ich das jetzt hergestellt oder... Wieso habe ich die... Ah, Mann, ich bin echt so doof. In Mentor. Nö, habe ich nicht. Hä? Nö, habe ich echt nicht. Mal in die Mods rein. Das Fast Hands. Warte, 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 warte. Ich gehe mal hier bei dir mal raus, dass ich... So. Also, guck mal bei deinem Schmied, da... Ach... So. Ist das ein Rifle-Mod? Bei deinem Schmied hast du... Bei deinem Schmied hast du jetzt, äh... Wahrscheinlich auch ein Keramik-Langschwert. Jetzt verstehe ich das. Das kostet 15.000 extra. Und, äh, Bilddauer dauert 12 Stunden, bis es fertig ist. Och, nö. Mann. Siehst du, doch... Ich wusste, das ist ganz... Mit dem Schmied... Das Schmiede-Kacke da. Ich habe dem noch nie getraut. Ja, ich jetzt auch nicht. Schade. Egal, das wird dann wahrscheinlich... Ja... Du hast dich schon so drauf gefreut. Du hast dich schon so drauf gefreut. Wirklich, wirklich, wirklich. Das ist wirklich so. Aber nein... Gott. Wo ist die Enttäuschung am Tag? Jetzt muss man den Schmied nochmal bezahlen müssen, um die Wache herzustellen. Nachlageschwindigkeit muss ich auf jeden Fall drauf tun. Mal gucken, ob das etwas bringt. Und das geht ja nicht. Äh, habe ich noch irgendwas bei meinem Super-Scaner. Und ja, jetzt habe ich 4, 8, 12. Und da kann ich jetzt nur noch ein Mod mit 2 drauf tun. Und dann war es das auch schon mit Mod. Und das ist nämlich jetzt auch dann, ja, wie gesagt, dieses Stufenleveln, wo du einen Rang brauchst. Ja. Ist eigentlich scheiße gemacht, aber naja, gut. Äh, ich würde sagen, das war es jetzt mit der Aufnahme, ne? Ja. Ja. Warte, warte, ich gucke einfach mal. Venus können wir... Also nicht wundern, wenn vielleicht bei der nächsten Mission V-Prime und A-For-Riedete freigeschaltet ist. Weil dann will ich schon mal bei der Mission reingucken. Genauso ist es mit Dione und Phöbe. Nicht wundern, wenn die schon freigeschaltet sind. Weil, ja, ich kann es kaum drauf warten, dass ich hier Schaltkreise sammeln kann. Und dieses, äh, was noch freischalten? Und Nanosporen, damit ich den Bogen freischalten kann und euch mehr zeigen kann. Juhu. Okay, meine lieben Leute, das war's dann jetzt mit der nächsten Folge. Mehr Gegner auftauchen. Na, wenigstens Gegnervielfalt. Ja, das war's dann jetzt mit der Folge. Also ich fand die Folge spannend. Juhu, hurra. Ähm, willst du vielleicht noch ein kurzes Feedback geben, Crashface, bevor wir Schluss machen? Naja, mein Versprechen an nächsten Monat ist, bis nächsten Monat ist die Inhalteverbindung back. Warte, was heißt nächsten Monat? Jetzt in, äh, April oder? Ähm, ja, leg ich mir so in April. Äh, ich weiß nicht, April, Mai. So, April, Mai. An- oh nein, das ist doch jetzt nicht wirklich ein- am Ende- gut, gut, ich sag dazu nichts. Okay, wir werden einfach mal gucken, wie wir das Problem beheben können. Ja, das krieg ich auch noch früher, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal, ich will dann nicht- wir werden die Probleme auf jeden Fall beheben. Ja, ich will nämlich jetzt hier nicht als rumlaufen und, äh, cheaten. Also so aussehen, als ob ich cheaten würde. Ja, okay. Gut. Okay, gut, ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und der Crashface sagt jetzt auch nochmal tschüss. Tschüss. Wow, was ein Tschüss.